Helene Fischer, exklusiv im ZDF. Im Rausch der Sinne ist eine musikalische Reise durch mein Album, durch meinen momentanen Sinneszustand, der all das widerspiegelt, was in mir vorgeht. So persönlich habe ich mich noch nie gezeigt. Ich war auch vielleicht noch nie bereit, so in mein Innerstes blicken zu lassen. Der Musikfilm Helene Fischer im Rausch der Sinne. Samstag 21 auf 45 im ZDF.